Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yay! Ja, dieses Video beinhaltet eigentlich nur die Information, dass dieser Kanal nicht mehr... also schon existiert, aber nicht zu aktualisieren wird. Denn der hat mir nämlich nicht mehr gefallen. Und deswegen habe ich mir einen Mann geöffnet. Und der heißt genauso wie der hier. Ich muss halt nur noch alles einstellen. Das habe ich auch genutzt. Unser BliBlaBliBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBla... Und ja, ich wollte euch das einfach nur sagen, wer hat es auch schon zu Apple gehört, ist momentan mit 9 Kids Video vorbei. Ich werde ihn halt anders bitte nennen, auch dann. Ich werde ihn dann irgendwie halt... Ihr werdet schon sehen, wenn dieses Video direkt hochgeladen wird. Ich bin kräftig schon am ersten Video sehen. Also abonniere mich einfach oben in meinem anderen Kanal. Das würde mich super freuen, wenn meine anderen 12 oder sogar 13 Abonnenten auf meinen neuen Kanal kommen. Da werden auf jeden Fall viel... Schönere Videos und Bearbeitete auf jeden Fall auch kommen. Und ja... Ich weiß gar nicht, was ich noch alles dazu sagen sollte. Deswegen sage ich nur Tschüss auf diesem Kanal. Und... Ja... Äh... Das müsste alles sein. Ja, da sage ich Tschüss! Bis auf meinem neuen Kanal! Wenn ihr mich findet... Wenn ihr mich nicht findet, schreibt mir in die Kommentare... Ich hoffe... Unter dieses Video... Ähm... Dann werde ich euch auf jeden Fall noch einen Link in die Kommentare senden. Und ja... Oder ich schreibe mit meinem anderen Kanal unter das Video einen Kommentar. Und dann müsst ihr mich einfach nur anklicken. Ja... Wir werden es auf jeden Fall gucken. Wenn es klappt. Ja... Dann sage ich auf jeden Fall Tschau Tschau! Bis zum nächsten Mal! Oder auf meinem neuen Kanal wieder mal! Tschüss!